Hallo zusammen, ich habe hier meine beste Kühlbox und eine Lithium-Batterie, Lithium-Eisen-Phosphat. Und ich bin so begeistert von diesen Batterien, habe auch ein paar Videos gemacht, aber wisst ihr warum? Warum? Ich habe hier mein Katalog 2021 über Kühlboxen, da steht nichts von Batterien drin. Und hier dick hinten bei Störungssuche, 80% der Störungen sind auf mangelnde Stromversorgung zurückzufüllen. Dünne Kabel, leere Batterien, mangelnde Solaranlagen, die nicht liefern, was sie sollten, irgendwo ein Defekt oder eine Bleibatterie, die halt schon ihre Jahre hat. Und was merkt der Kunde? Die Kühlbox geht nicht. Bier ist warm. Und ich sage euch eins, Bier, was warm ist, das geht gar nicht. Nur, wenn es Bier warm ist, ist der Kühlschrank kaputt. Oder die Kühlbox, sie geht nicht mehr. An der Elektrik kann es nicht liegen, die ist ja Bikobello und vor allem Bier ist warm. Wenn ich so eine Lithium-Batterie habe, mit dem App dran, da sehe ich ja hier auf dem App prozentuale Beladung. Es gibt Apps, die zeigen sogar an, wie viel, dass ich noch Restkapazität habe. Ich kann hier schauen, die hat jetzt 13,34 Volt. Ich habe sofort eine Information, was die Batterie hat, was ich ja bei der Blei nicht habe. Dann auch das Verhalten der Batterie. Wenn ich eine Blei habe, dann geht die ganz langsam runter, bis sie leer ist. Bei 10,5 Volt schalten alle unsere Geräte ab. Ja, wenn ich eine dünne Zuleitung habe, dann schaltet sie früher aus. Bei der Lithium-Batterie, da habe ich nicht 12 Volt Normspannung, sondern halt 12,8 Volt. Normal geladen habe ich 13,3 Volt. Das heisst, auch eine schlechte Zuleitung. Da mache ich euch hier ein Beispiel. Verkraftet das. Verzeiht euch die schlechte Zuleitung. Und sie hat die Spannung bis am Schluss. Und dann sagt sie zusammen. Da macht es doch nichts, wenn es Bier warm ist. Ihr könnt ja dann auch schauen, hier auf dem App. Ist sie noch voll. Aber wenn dann da angezeigt wird, ein, zwei Prozent, dann könnt ihr euch vorstellen, was Sache ist. Ich habe kein Handy mehr, weil Leute, die meine Handynummer hatten. Also ich habe eins, aber keiner hat die Nummer und dann schmeiße ich das Ding wieder weg oder habe es hier im Büro. Oder mal im Auto, wenn ich unterwegs bin. Aber ich trage kein Handy mehr auf mir. Das ist Freiheit. Das ist Lebensqualität. Da gibt es Leute, die rufen mich sonntags, nachmittags an. Ihr Bier ist warm. In der Alphütte. Sitzen sie. Hatten und Nacht vorher eine Party. Haben Bier gesoffen. Wussten nicht, was sie gesoffen haben. Aber der Kühlschrank ist leer. Weil eben die Batterie leer ist. Aber Bier, kalt, das geht ja gar nicht. Ich meine, gar kalt schon, aber warm. Und wer ist schuld? Nicht die Batterie, nicht die Stromversorgung, nicht die Solaranlage. Die Kühlbox ist schuld. Die macht das Bier nicht kalt. Ja, aber die braucht Energie. Ich habe hier eine Kühlbox, die Leistung hat. Aber das nützt nichts, wenn nichts kommt hier. Aus diesem Grund freue ich mich. So, eine Bleibatterie, die hält ja etwa sieben Jahre. Hier sind wir beim Zehnfachen. Aber in sieben Jahren gibt es ja dann theoretisch, nach Statistik, keine Bleibatterien mehr. Weil einer, der sich heute noch eine Bleibatterie kauft, der kann nicht rechnen. Nur, was ist in sieben Jahren? Dann bin ich in Rente. Und dann braucht es mich auch nicht mehr, weil die Leute nicht mehr anrufen, die Batterie ist kaputt. Ich freue mich richtig auf den Sommer und die Leute rufen nicht mehr an. Und dann, mein Kühlschrank ist defekt. Dann erkläre ich denen, messt die Spannung. Hier haben sie das Messinstrument schon in der Hosentasche. Sie können sich einloggen. Also, eine Bleibatterie geht nicht. Es gibt Lithium-Batterien, die das auch nicht haben. Wenn ihr nur neue kauft, kauft eins mit dem App. Da könnt ihr es runterladen und könnt schauen, was da dran ist. Und vor allem, statt 12 Volt, 12,8 Volt Nennspannung. Das sind 0,8 Volt mehr. Ich mache euch einen Link hier vom Video, wie man eine Batterie oder eine Kühlbox wirklich nicht anschließen sollte. Nehmt euch das zu Herzen. Hier mache ich euch diese Batterie offen, gezeigt. Und hier natürlich diese Kühlbox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.